Da sind wir hergekommen mit der Bahn, da angekommen, hier reingegangen und jetzt sind wir am Beach, auf der anderen Seite sieht man dann den Flügel und gleich gehen wir rutschen. Oh, guck mal, Nathie! Das ist schon mal ohne, Lathie! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ist das so? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! 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 Was kommt denn? 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 Was? Was kommt denn? 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 Das sehen wir gleich. Das sehen wir gleich. Der Ausblick. Unsere Handtücher. Unsere Handtücher. Unsere Handtücher. Warte, wir sind für mich. Was war das? Auf der Leiter! Na ja, mit dem Leiter. Wir kommen. Wir steigen ab und laufen zu den Halsstragen. Wie ist das? Wir laufen damit wieder. Tschut, tschut. Noch weiter hinten. Also, da sind wir ja heute doch drücken. Haben wir doch ein bisschen Sport gemacht und Treppen gelaufen. Ich sehe die schon. Ja, das war schön. Nächstes Jahr vielleicht. Ja, das war schön. 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 Ja, das sind die Kaputten. Bye. Auf dem Rückweg trinken wir noch mal schön was Warmes, weil es ja so kalt hier draußen ist. Wo ist dein Name? Ah, hat er? Hat er falsch geschrieben. Ah, ok. Wird neu gebaut oder was? Ja, dieser fettes Ding. Guck mal mit Pool oben drauf. Ja. Und wieder hat der Tag verflogen wie nicht. Ja, wie ein paar Minuten der ganze Tag. Ja. 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 Vielen Dank.